Media Plus ist Media Agentur des Jahres. Ein besonderer Erfolgsfaktor ist die Innovationskompetenz. Jochen, unsere Kunden schätzen unsere Innovationsgedanken. Magst du bitte kurz erzählen, was dahinter steckt? Media hat ja immer das Ziel, die Effizienz von Kampagnen zu erhöhen und den ROI zu steigern. Wir haben schon vor vielen Jahren nachgewiesen, dass ungesehene Werbeformen, kreative Inszenierung von Marken in den Medien auch zu einer deutlich höheren Werbewirkung führen. Und der Vorteil für den Kunden ist also die bessere Erinnerung seiner Werbung und auch eine positive Beeinflussung seines Markenimages. Bei uns in der Media Plus ist Innovation schon immer Teil unserer DNA gewesen und wir leben Innovation Tag für Tag mit vielen Initiativen. Und das hat uns als Agentur auch viele Auszeichnungen beschert. Wir verteidigen jedes Jahr seit 1999 die Spitzenposition beim Deutschen Mediapreis. Wir wurden bereits 24 Mal beim EFI ausgezeichnet und wir führen im dritten Jahr in Folge das qualitative Ranking bei REGMA an, welches alle Media Agenturen qualitativ und quantitativ vergleicht. Und diesen Vergleich stellen wir uns auch gerne als Agentur bei jedem Kunden, der an der Steigerung seine Werbewirkung interessiert ist. Das macht uns zur Media Agentur des Jahres. Wir werden dieses Jahr als jetzt weiter aufhitten. Bis zum nächsten Mal, im stolz gesehen. IN HEBIER